jetzt abkaufen 8000 seitenscheibe ist eingeschlagen ich habe da drin geschlafen alter weißt du bin der nachbarn ich habe keine luft bekommen und dann habe ich die tür nicht aufbekommen habe ich erschrocken habe ich die seitenscheibe eingeschlagen und sei ich da fast drin gestorben weißt du ganz ehrlich mike scorpion rimscheitz ganz ehrlich ich will ein film drehen und wenn wir das nicht schaffen ganz ehrlich ganz ehrlich dann gehe ich persönlich dann gehe ich persönlich zu dem remscheider bürgermeister und wird dem sagen wir sollen einen filmdreh film buch film idee regisseur vorschlagen um einen film zu drehen denn das kann nicht sein dass ich ein filmauto in garage habe und noch nicht mal mit dem remscheider bürgermeister schaffen in remscheid einen film zu drehen ganz ehrlich wow we am to bevahe sehtig 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 sehtig